Oboooo! Können wir da schon mehr verraten? Hallo und herzlich willkommen auf Deine Mahids Live! Hallo! Wir haben heute vor einige Kommentare von euch zu beantworten, denn es werden immer sehr sehr viele Fragen gestellt. Fragen, die gestellt werden, müssen auch beantwortet werden, oder? Ja. Ja. Kommen wir nun zum... Deine Mahids? ...des... Tages! Live with Philip schrieb Heißt du mit echten Namen Sandra? Wie heißt du denn? Hello Omi! Süß! Hast du es gesehen? Ich heiße Sandra eigentlich. Nur mein Spitzname ist Sandy. Und meine Freundin nennt mich Sandy. Und da ihr auch meine Freunde seid, nennt ihr mich halt auch Sandy. Heißt du wirklich Daniel? Ja. LeniDynamite-07 Sehr, sehr schöner Name muss ich sagen Leni. Schrieb Wollt ihr mal ein Jahr im Ausland verbringen? Wenn ja, welches? Ich? Wenn? Äh... Gute Frage. Also ich habe jetzt erstmal nicht vor ein Jahr im Ausland zu verbringen. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es auf jeden Fall Amerika. Wie schaut es bei dir aus? Ich glaube ich gehe in die Schweiz. Bitte was? Ja. Von dein Motorrad. Du weißt du, jeder ergreift die Chance ganz ganz weit weg zu fliegen oder auszuwandern. Ja und du sagst in der Schweiz. Ja, da kann man da Motorrad fahren. Da gibt es, kannst du nicht offen fahren. Es geht nur um die Kurven. Die Kurven. Okay, die machen hier gerade die Straße neu. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Amy21104 schrieb Was ist euer Lieblingstier? Und ihr seid die Besten. Hashtag Halt die Nutze. Mein Lieblingstier ist eindeutig der Hund. Auch wenn Daniel jetzt nicht da ist, kann ich auf jeden Fall auch für Daniel beantworten, weil ich weiß, dass er auch Hunde über alles liebt. Und Daniel kommt. Er kommt. Chiara Jeschke schrieb Ihr seid echt coole YouTuber und macht witzige Videos. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Was war euer romantisches oder romantischstes, wie heißt das? Romantischstes? Ja. Erlebnis. Hashtag Halt die Nutze. Ja, weil hier steht romantisches Erlebnis. Romantischstes. Romantischstes. Mit S war da dazwischen. Okay. Es ist ein sehr, 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 sehr kompliziertes Wort. Ja, sehr kompliziertes Wort. Was man nicht aussprechen sollte, wenn man es gerade eilig hat. Also bei uns ist es ja relativ häufig abends romantisch. Ne? Oh mein Gott, das hast du jetzt nicht gesagt. Nein, also was ich glaube ich am romantischsten fand, war... Also schwer. Nicht weil wir keine hatten, sondern weil wir irgendwie schon so viel so romantisch, oder? Weil du musst aber dazu sagen, dass ich teilweise eine wirklich romantische Ader habe. Ja, das stimmt. Er ist sehr romantisch. Okay, dann sag jetzt mal pauschal eins, was dir gerade in den Kopf kommt. Ja, da wo wir zusammengekommen sind. Oh. Ja, okay. Das war echt mega romantisch. Wir waren... Obwohl... Weißt du was? Wir machen dazu mal ein Video, oder? Wir können ja mal unsere Love Story erzählen. Prost! Los geht's! Oh, was ist denn das? Ist das Wasser? Mit Kohlensäure? Ja. Ne, da steht ein wenig Kohlensäure. Ja, toll. Oh, voll süß. Oh, nein. Was gibt's hier für tolle Sachen? Freunde, es ist tatsächlich soweit. Weihnachtssache. Danke, riech mal. Oh, das ist aber lecker. 3,99. Lea fragt, wie heißt die Hunderasse? Boah, weiß nicht. Ist das ein Pekingese? Ja. Ja, ist es? Pony ist ein Pekingese. Boah, weiß ich nicht. Wieder zurück im Auto, fertig mit dem Einkaufen. Nächste Frage. Mehdi T. schrieb. Meine Frage an euch. Würdet ihr euch gerne mal ein Haustier anschaffen wollen, oder seid ihr eher davon abgeneigt? Gerne würde ich auch mal deinem Eltestages sein. Deinem Eltestages bist du schon geworden! Juhu! Aber ihr müsst das nicht immer schreiben. Wir machen das nicht davon abhängig, dass jemand schreibt, dass er gerne deinem Eltestages werden möchte. Richtig? Richtig. Jedenfalls. Ich hätte sehr, sehr gerne ein Haustier. Also ich habe ja die Bonnie. Aber wie schaut es bei dir aus? Auf der einen Seite hätte ich gerne einen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, das ist sehr, sehr, sehr viel Verantwortung. Du musst das Tier erstmal erziehen. Und du bist auf jeden Fall total eingeschränkt, was mal spontane Trips angeht, ne? Mhm. Zur Zeit? Ich fände es cool, aber zur Zeit ist mir das einfach zu viel Arbeit, zu viel Verantwortung und man muss halt überlegen, ne? Ja. Was mache ich mit dem Hund? Ja, aber irgendwann hätte ich schon Bock auf den Hund. Ja, irgendwann. Hallo. Philippe Manchebo schrieb, Hey ihr zwei, ich habe eine Frage, was ist euer nächstes Urlaubsziel? Oho. 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 Können wir da schon mehr verraten? Wir haben zumindest schon mal gebucht. Wir haben gebucht, Freunde. Ihr könnt in meinen Kommentaren schreiben, wo die Reise wohin geht. Also, was ihr denkt, wo unsere Reise hingeht. Genau. Ihr habt jetzt fünf Sekunden Zeit. Ich glaube, die fünf Sekunden sind rum. Okay, wir sagen es auf drei, ja? Eins, zwei, drei. Philippinen! Yeah! Und wir nehmen euch mit. Das Ganze findet auch schon in einigen Monaten statt, denn wir fliegen am Ende des Jahres. Okay, es ist noch etwas hin, aber wir haben bereits gebucht und wir freuen uns total. Ihr könnt ja mal diesem Video einen Daumen nach oben geben, wenn ihr wollt, dass wir auf den Philippinen jeden Tag mitvloggen. Ich glaube, das ist auch mega interessant für euch. Oder könnte mega interessant für euch sein. Einfach nur, weil dort alles anders ist als hier. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem Video ebenfalls einen Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dort oben gelangt ihr zu einem unserer letzten Videos. Schreibt gerne Fragen unten in die Kommentare für den nächsten Dynamite des Tages XX auf. Und ansonsten abonnieren. Bis morgen um 18 Uhr. Tschüss, Tschüss.